Hier und jetzt muss ich um Entschuldigung bitten, dass ich mich an dem neuen Hüttenbuch vergreife, dem vierten in der Serie. Erst nachdem ich eingeheizt hatte, fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, Schreibpapier mitzunehmen, und ich war doch vor allem zum Schreiben ins Märchenhaus gekommen. Wir hatten hier ja nie Strom, nicht einmal eine kleine Solarzellenanlage. Die hätten wir uns sicher anschaffen können. Eine Solarzellenanlage war nichts, auf das wir unbedingt verzichten wollten, aus einer Art von Puritanismus, meine ich. Aber weder Ayrin noch ich haben je Schreibmaschine oder Laptop hier heraufgebracht. Und das nicht nur, weil es hier keinen Strom gibt, sondern weil hier wohl mehr oder weniger eine Art Schreibverbot herrschte. Wenn wir im Märchenhaus sind, sind wir in der Natur und haben uns für eine gewisse Frist aus der Kultur, der Zeitlichkeit, abgemeldet. Nur dieses eine Mal bin ich hergekommen, um mich zu isolieren und zu schreiben. An euch, an euch alle vier. Aber zugleich schreibe ich an mich selbst. Auch wenn ich einen Laptop mit vollem Akku dabei hätte, würde der mir nicht viel nützen. Ich kann ja nur noch mit einer Hand arbeiten. Erst vor wenigen Stunden habe ich die abschließende Erklärung dafür erhalten, warum meine linke Hand nicht mehr funktioniert. Und mehr noch, ich habe erfahren, warum ich diese Schreibarbeit nicht aufschieben darf. Es könnte sich nur noch um Wochen handeln, bis die rechte Hand ebenso schlaff und schwächlich ist wie die linke. Ich denke wieder an Marianne, an all das, was sie zu mir gesagt hat. All das, was sie mit größter Leichtigkeit in Worte gekleidet hat. Ich fand, sie hat die Befugnisse einer Hausärztin bei weitem überschritten. Sie schien in die Rolle des Seelsorgers oder der Ehepartnerin zu schlüpfen. Sie streichelte meine Hände, nicht nur die kranke Hand, sondern auch die gesunde. Innerhalb weniger Sekunden hat sie es fertiggebracht, in meinem Gehirn alles auf den Kopf zu stellen. Es kam mir vor wie eine Art Lobotomie. Das ist etwas, in das ich eindringen und das ich verstehen muss. Und es ist etwas, wofür ich mich entscheiden muss. Ich muss einen schweren Entschluss fassen, aber es soll ein wohldurchdachter Entschluss sein. Er darf nicht impulsiv erfolgen. Der Beschluss, den ich fassen werde, wird in jedem Falle belastend sein, egal, ob ich den einen oder den anderen Ausgang wähle. Um es kurz zu machen, ich muss mich entscheiden, ob ich morgen Abend noch am Leben bin oder nicht. Wenn in den Stunden, die jetzt vor mir liegen, alles ein Ende findet, dann muss dieses Schriftstück hier als letzter Gruß betrachtet werden. Ich werde deshalb sorgfältig alles einbeziehen, was mir am Herzen liegt, all die Dinge, von denen ich Abschied nehme, und vor allem auch einen kleinen, aber bitteren Kern, den ich dringend bekennen und für den ich mich verantworten möchte, insbesondere Ayrin gegenüber. Ja, Ayrin, es gibt etwas, das ich dir nicht erzählt habe. Vor allem ist es wichtig für mich, euch auf meinem Gedankengang mitzunehmen. Nur so könnt ihr mich bei dem Versuch begleiten, zu begreifen, warum ich am Ende den Entschluss fasse, den ich fassen werde. Das Hüttenbuch lag wie immer auf dem Esstisch. Die letzten Besucher im Herbst waren June und Sarah, und nur sie haben bisher in diesem nagelneuen Band geschrieben. Ihr habt einige Septembertage hier verbracht, nur ihr zwei, während Christian in Oslo am Entwurf eines Hauses saß, der einfach fertig werden musste. Sarah hat zwei wogende Schwäne auf dem Glittritian gezeichnet. Ich hatte einen Kloß im Hals, als ich dieses schöne Bild sah, und es kam mir besonders bitter vor, den Rest dieses Hüttenbuches beschlagnahmen zu müssen, aber ich brauchte einfach etwas, worauf ich schreiben konnte. Und da sich so viele meiner Gedanken auf euch beziehen, kommt es mir vor, als ob vieles von dem, was ich schreibe, vielleicht genau hierhin gehört. In diesen Hüttenbüchern ist schon bisher viel Gutes und Schmerzliches festgehalten worden. Zwei Schwäne auf einem Waldsee können fast als Symbol für etwas Ewiges oder Ewig-Junges stehen, und Sarahs Zeichnung erinnert mich an eine herbstliche Ruderpartie, die Ayrin und ich hier vor vielen Jahren gemacht haben. Das war, ehe Sarah auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube sogar, bevor Christian und June einander kannten.